Moin, herzlich willkommen zurück zu meiner Serie Let's Fly X-Plane 11. Wir haben einen neuen Punkt, wir lernen fliegen oder ich lerne fliegen. Navigation mit VR habe ich ja gestern gemacht, heute ist ein ILS Anflug fliegen, also das Instrumentlandesystem eines Flugplatzes ist dafür geschaffen und während der Landung sowohl für den Anflugkurs als auch für den Sinkflug entsprechende Führung zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie eine Landung genauso durchführen wollen, wie es Piloten im echten Leben tun, dann ist das die Art es zu tun. Ja, das klingt ja spannend. Laden wir mal und gucken mal, was uns da erwartet. Es dauert einen kleinen Moment und dann geht das auch schon los. Ja, über dieses VOR habe ich noch mal ein bisschen nachgelesen und anderweitig recherchiert. Das werde ich dann sicherlich die nächsten Tage auch noch mal ausprobieren, ob ich das richtig verstanden habe und ihr dürft dann natürlich dabei sein. Aber jetzt machen wir erstmal hier diesen ILS Anflug. Mal gucken, wie das geht. Kann ich mir sowieso so schnell nicht merken, das werde ich sicherlich nur öfter mal machen müssen. So, wir befinden uns aktuell im Gegenanflug auf die Landebahn 34, also 3-4 rechts in Seattle Tacoma. Sie können die Landebahn auf Ihrer linken Seite sehen. Ja, da unten ist eine. Sehr bald wird uns die Flugverkehrskontrolle von Seattle Tacoma kontrollieren und uns den Steuerkurs und die Flughöhe mitteilen, die wir für den Anflug fliegen müssen. Bis dahin fliegen wir einfach geradeaus weiter. Achso. Fliegen Sie auf Steuerkurs 160. Halten Sie eine Höhe von 5.000 Fuß. Vektoren für ILS Landebahn 34 rechts in KSEA. Also in Kilo Sierra Echo Alpha. 5.000 Fuß. Steuerkurs 160. Wir haben die Luftverkehrskontrolle gehört. Fliegen Sie ein Steuerkurs von 160 und auf einer Höhe von 5.000 Fuß. Wir bereiten uns für einen Anflug auf der Landebahn 34 rechts vor. Verwenden Sie Ihren Höhenmesser und die Anzeige für den Steuerkurs, um sich zu gewissern, dass Sie richtig unterwegs sind. Ja, mach ich doch. Die Grafikeinstellungen sind zu hoch. Ich kriege hier gerade eine Meldung. Ah, ich habe hier irgendwas. Das stimmt ja mit meiner Grafikkarte nicht. Nach oben will ich ja nicht. Ich bin ja weiter runter auf 1.000 Fuß. Geben Sie genau so weiter, ja. Guck mal. Ja? Ja, ich habe hier eine Meldung. Ja. Ja, ich habe hier mit dem Falle genommen. Ja. 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 Ein bisschen hier einpendeln von der Höhe her, ja, ich falle immer noch, ein bisschen zu tief. Ich bin schon ein bisschen vom Kurs abgekommen. Ah, ich bin zu tief. Oh. Oh, ich bin zu tief, ich bin zu tief, ich bin zu tief. Oh. Ich muss jetzt nicht auf die dritte Hardware schicken, weil jetzt ist hier meine Grafik auch gerade irgendwie völlig im Eimer. Oh. 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 Ja, ich bleib weiterhin auf 160 Grad und 5.000 Grad. Das mit der Höhe hier halten, das klappt echt nicht so gut. Ja, ich weiß, eigentlich nicht ganz einfach, aber... Also hier das Ganze so ein bisschen... Oh, schon besser geflogen, aber... Drehen Sie links auf Steuerkurs 070, sinken Sie und halten Sie 3.000 Fuß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, es war so. Aber ich weiß. Oh, das war gerade einer Höhe. Ja, ich weiß. Oh, ich bin toll. Wenn Sie an dieser Stelle auf Ihr CDI blicken, sollten Sie zwei Linien sehen. Ja, sehe ich. Wenn wir uns auf dem richtigen Kurs für den ILS-Anflug befinden, werden diese Linien anzeigen, in welche Richtung Sie fliegen müssen, um auf Kurs zu bleiben. CDI war doch das hier. Oder die vertikale Nadel zeigt Ihre laterale oder horizontale Abweichung vom Kurs des ILS an. Ebenso zeigt die horizontale Nadel ihre vertikale Rauf-Runter-Abweichung an. Wenn Sie die Nase aus Flugzeiten in Richtung der Nadeln bewegen, werden Sie den eingestellten Kurs wieder aufnehmen können. So müssen Sie zum Beispiel nach rechts fliegen, wenn die vertikale nach rechts versetzt ist. Oder nach oben fliegen, wenn sich die horizontale Nadel über der Linie für den Horizont befindet. Okay. Natürlich ist das momentan nicht relevant. Wir befinden uns im rechten Winkel zur Landebahn. Was bedeutet, dass wir so lange dem ILS-Signal nicht folgen werden, bis uns die Luftverkehrskontrolle anweist, in Richtung der Landebahn zu drehen. Für den Moment fliegen wir einfach auf Steuerkurs 070 auf einer Höhe von 3000 Fuß. Jetzt hackt wieder meine Grafik. Ja, ich hätte meinen Rechner vielleicht mal neu starten sollen. So, komisch, auf einmal ist es dann weg. Drehen Sie nach links auf Steuerkurs 010. Sie sind drei neutische Meilen vom Aufnehmen des ILS-Signals entfernt. Halten Sie die Höhe 2200 Fuß, bis Sie vollkommen stabilisiert auf dem ILS sind. Freigabe für ILS auf 3,4 rechts. 10 Grad. 2200 Fuß, richtig. Obachten Sie die Anzeige für die Kursabweichung. Wenn Sie sich die vertikale Nadel in Richtung Mitte bewegen beginnen, wissen Sie, dass Sie so fast mit der Landebahn ausgerichtet sind und sich daher rasch in Richtung des Steuerkurses der Landebahn bewegen müssen. 340 Grad. Okay. Wenn sich das TDI in der Mitte befindet, befinden Sie sich genau auf dem ILS-Signal. Fliegen Sie einfach in die Richtung weiter, in die die Nadeln zeigen und Sie werden einen perfekten Anflug auf die Landebahn hinlegen. Denken Sie daran, dass sich die Landebahn in Richtung Steuerkurs 340 auf einer Höhe von 433 Fuß befindet. Genau das wird im Moment des Landens Ihr Steuerkurs und Ihre Höhe sein. Ja, toll. Danke. Ja. Ey. Das geht gar nicht, hier auf einmal so rausgerissen zu werden. So. Ich sollte 2200 sein. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Ich soll in die Richtung fliegen. Oops. Oops. Ich soll in die Richtung fliegen. Ist das ein holpriger Anflug. Ich soll in die Richtung fliegen. 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 Landebahn 34R. Sie haben Freigabe zur Landung. Das ist sehr schön. Ich bin ja noch lange nicht auf Kurs. Ich soll in die Richtung fliegen. 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 Sehr hakelig gerade wieder. Den Kurs machen wir gleich nochmal. Ich bin jetzt genau auf Kurs. Ich bin nur ein bisschen zu hoch. Ja, wir bewegen uns kaum noch, aber... Aber ich bin eigentlich fast genau auf Kurs. So, woher man diese ganzen Daten kriegt, die man braucht, ne? Das wird einem hier nicht gesagt, ne? Wie man das einstellt, warum man das so einstellen muss und so. Das sagen sie einem nicht. Das sagen sie einem nicht. Jetzt wird er ein bisschen schwammig, weil ich so langsam bin. Das gefällt mir hier gerade gar nicht. So, ein Stück weiter rüber. Oh, Mann. Ne, da nehme ich doch die Landeklappen noch wieder ein Stück rein. Das ist mir nix. Das ist mir nix. Okay. Das ist mir nix. Da nehmen die Tür. Das ist mir nix. 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 Was ist das? Was ist das? Nicely done. Naja, ich weiß nicht, ob das so nicely done war. Ich glaube, das machen wir nochmal. Naja. Hubschrauberbasiswissen interessiert mich nicht. Jetzt noch nicht. Interessiert mich schon, aber möchte ich jetzt nicht machen. Ich werde dieses Training in der nächsten Folge nochmal machen, aber ich werde vor allem meinen Rechner mal neu starten. Natürlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Kommt auch bei Facebook vorbei oder auf meiner Homepage FriesenJung13. Ansonsten sehen wir uns Dienstag hoffentlich wieder, wenn ich dieses ganze Training nochmal mache. Bis dann, sage ich mal ciao.